Oh, shit, alter, was? Oh, fuck, 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 fuck. Alter, wie geil, jetzt müssen wir alles so dafür saugen. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass, äh, alter, geh doch von der Deckung weg. Dass wir hier wieder rauskommen. Alter. Hat der uns etwas verraten, oder wie kein... Oh, eine Ahnung. Fuck. Nicht schon wieder. Diesmal, dass ich mich nicht so leicht töten. Nein, nein, geh doch weg, geh weg, geh weg. Oh, fuck, fuck. Alter, wie kann man nur so blöd sein und den Weg stehen? Das darf doch nicht wahr sein. So, bitte, halt die Fresse, alle hier, haltet die verdammte Fresse jetzt. Boah. Ah, hier geht's ja nicht weiter. Ah, fuck dich. So, jetzt aber mal. Alter. 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 Ich sollte euch alle ficken. Und du gehst jetzt diesmal aus dem Weg. Alter, lad nach. Diesmal ist Lama tot. So. Alter, ich brech hier langsam aus. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, es ist besser, wenn ich in Deckung gehe. Wir könnten jetzt die Mission wieder überspringen, weil jetzt habe ich rausgefunden, nach drei Mal kann man die Mission überspringen, aber ich will das schaffen. Und... Weil die Waffen mitnehmen. Und... Tja, geil Nein, geh doch wieder in Deckung, du Arsch Apropos Arsch Alter What the fuck, jetzt Schade, hab keinen Headshot machen können Alter, wie ein Gesicht aussieht, Alter Ekelhaft Einfach nur grauenvoll Ja, gute Idee, Alter Schrei gleich rum Pam Pam Wieso geht da nicht in Deckung, Alter? Das ist physikalisch gar nicht möglich, dass er noch lebt Naja, egal Äh, was heißt hier physikalisch? Äh, logisch natürlich Achso, ja Boah, Alter, dieser Schnupfen, das tut mir so leid Aber kann man ja nichts machen Er kommt, weil er kommt Oh, scheiße Du sollst dich auch Fick Fick Zeig, Alter, ganz ehrlich Äh, ich hab die Stausse schon so voll Das ist ein Wichser, Alter Fick 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 Alter, wie der hintergeflogen ist gerade Ha, boah, geil Hab ich von der Entfernung aus getroffen Aua Wo ist der Letzte? Achso Da, schau Aha Da, Medikids, sehr gut Boah, Alter, voller Rauch Uh, die Bullen Scheiße, 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 scheiße Oh, nein Ja, 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 ich geh ja schon, ich geh ja schon, ich geh ja schon Äh, wo? Wo, wo, wo? Wo seid ihr? Ihr Typen, hallo Ah Ihr Typen Ja, Alter, wenn ich ausraste, dann, Alter Schnell, schnell, hoch, hoch, hoch Versucht ja mal zu erschießen Alter Jetzt aber, yeah Und vielleicht den Dings auch noch So, äh, einfach hier drüber, oder? Ja Klar, wir einfach mal die Sakari hier Alter, steckt's ein Oh, nein Oh, nein Oh, nein, scheiße Weil die sich nicht beeilt haben, dieser scheiß Ficker Oh, shit Aua, 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 nein, 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 jetzt rück ich dir fest, jetzt rück ich mir fest Oh, nein Alter Wie bescheuert ist diese Mission? Ich bin jetzt schon 10.000 Mal gestorben, ey Das gibt's doch gar nicht Ja, diesmal steig ich hier ein Und jetzt kommt's endlich, Alter Beählt euch Na, jetzt geht's ja Sehr gut Warum ist meine Tür noch offen? Hallo Äh, wie kann ich die Tür schließen? Hallo Die bleibt einfach offen Gleich, gleich werde ich irgendwo hineinfahren Ja, siehste Und schon weg ist die Tür Oh, 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 nein, oh, nein Schnell, 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 fahr Gib Gas Ah, die anderen schießen für mich Sehr gut Alter Hoppala Oh, tschuldigung Fuck Okay, warte, wir hängen sie gleich ab Und jetzt verstecken wir uns einfach Ne, nicht hier, sondern Hier 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 warten wir jetzt einfach mal Und mal schauen, wann sie dann wieder kommen Oh, scheiße, Helikopter Boah Oh, man, wir gehen zurück in meine Kribe, man Und du kannst von da Okay, wir haben sie abgehängt Aber halt, das war knapp mit dem Helikopter Hey, what the hell you walked me into back there Shit, man, you don't want to pop this ass I did the necessary Yeah, thank you for that, dawg This all on you, LD Blanky, dumbass Me? Hey, I ain't know the fools gonna roll on us If you started something with the ballers Shit, I don't care if you cgf for life, man You done Done, you dig Actually, we ain't cgf for life Cause all that means is we giving you money for nothing We got our own shit now, homie Foreign gangsters Oh, nah, nah, he don't mean that, Lowe Effton's talking outside his neck I'm gonna reach cross lines, alright Conversate with the purple homie Yeah, yeah, that's a good idea, man Smart shit Und, wir sind wieder zu Hause Here we are, man You gonna hang with your auntie While the men break it off Shut the fuck up Hell nah, nigga You sounded more and more like a snee-eye yitz every day Hell yeah Nah, nigga, I sound like somebody trying to make some paper and not get killed He's a hook-ass nigga, I told you Nigga, go toss a salad stretch mark-ass bitch Fuckin' bastard Alter, die sind bestanden Stretch ist raus Naja, weil der in meinem Knast war Und jetzt ist er wieder frei Und ja, boah, alter, aber dieser Arsch Ich habe gehört, wenn man Se Autos in die Garage parkt Dann, äh Speichert der das Dann haben wir die Karre für immer Also halt eben, solange sie in der Garage noch geparkt wird Und das ist unser Moped Nicht vergessen Das ist unser Motorrad natürlich Kleines Mopperle So Würde noch gerne ein bisschen so rumfahren Aber es muss ja weitergehen Und zwar, jetzt ist eigentlich Michael dran Wir könnten das eigentlich auch mit Franklin probieren Aber Wir switchen jetzt einfach mal zurück zu Michael Boah, alter, wie die Stadt geil aussieht Wenn gerade Nacht ist Überall diese tausend Straßenlichter, alter Okay, und warum horrible? Da war gerade in einem Café Einen Kaffee trinken, ne? Bean Machine Ja, eigentlich eh nicht so ein schlechter Name Da hat er seine Karre stehen Dann fahren wir mal gleich zu ihm nach Hause Das ist aber eh gleich hier mal Oh, alter, hä? Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass manchmal Alter, die Tasten Langsam reagieren irgendwie Weil wenn ich loslasse Dann fährt der immer noch Das ist ganz merkwürdig Hast du nicht falsch verstehen, dass ich nicht da fahren kann? Ne, ich bin da schon ein guter Fahrer Aber Hä, was macht diese Karre hier? Mac Gill Olsen Construction Cowboy Okay Okay Hey, Mann Tracy Yo Amanda 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 You better not be Not in my house Fuck you, Michael Go away I'm paying that tour at 150 bucks an hour To fuck my wife In my own bed Michael, go away Whoa, I'm sorry, bro She said you had to wait I'm gonna arrange I'm gonna arrange your fucking funeral I'm really sorry, bro I'll cop this session I promise You are dead, man Fuck Dead Come here Wah Ah Ah Fuck, man Hey, you Stop it What's up, man? You're out of my way Michael, calm down What the fuck is going on? Nothing happened It was a misunderstanding She fucked up, breaking my bed You're bullshitting It wasn't like that You win? Fuck it, I'm in Let's roll Let's get this motherfucker Just don't kill him Ah Oh 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.